Hi, ich bin Knut von Profeuze und wir sind jetzt hier in Willingen beim Bike Festival. Ich stelle euch heute noch mal ein paar neue Produkte vor, die wir haben 2019 am Start. Scrambler 2, der Nachfolger von der 1, unser aktuelles Modell. Wir haben den Frame geändert, diesen Nasenausschnitt, der halt ein bisschen größer geworden ist, weil die meisten Brillen haben einfach den Ausschnitt zu kurz gewählt und der drückt dann auf dem Nasenbein und wenn ihr Probleme habt, irgendwie so wie ich, ein Nasengang ist nur die Hälfte, dann drückt die mega mäßig und man hat keinen Bock die Brille zu tragen. Also der Rahmen ist größer geworden, neue Designs, aktuelles Modell in Neon, passend zu unserem Jersey. Das hier. Oder nächste Variante, unser Space Design. Kommt mega mäßig gut an. Dazu die Brille. Noseguard kann man natürlich rausnehmen, überhaupt gar kein Problem. Und bei den Gläsern, die sind auch sehr sehr gut, was die Kontraste betrifft. Inklusive Klarglas mit bei in unserem Package. Klarglas zum Beispiel zum Markt bestellen. Megamäßig günstig. Zwölf Euro nur. Bestellt irgendwo ein anderes Glas, fangen die an. 30 Euro, 40 Euro. Perfekt. Was natürlich auch megamäßig geil ist. Nicht nur, dass diese Kombi passt zum Floralen. Unsere Brille. Hierzu. Mit unserem schönen Band und dem Lederpatch an der Seite drauf. Die Handschuhe, passend dazu, werden noch kommen. Leider nicht zu Winterberg. Wir schauen mal, ich denke mal so in fünf Wochen, sollten sie dann da sein in verschiedenen Größen. Wir hoffen, so schnell wie möglich. Produzent gibt Gas auf jeden Fall. Wir werden euch informieren, direkt auf Instagram, Shop, wie auch immer. Guckt einfach mal vorbei und dann werdet ihr sehen. Schöne Handschuhe, passend auch dazu. Komplette Kombo. Schwarze Hose. Das funktioniert gut. Gut.